Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 69, Vers 10. David spricht hier von einer Erfahrung, die Gläubige durch alle Jahrtausende hindurch gemacht haben, dass sie Nachteile erleben, dass sie Angriffe erleben, dass sie Verfolgung erleben und sich vielleicht fragen, was ist das, wo kommt das her, was habe ich denn getan? Und an irgendeinem Punkt verstehen, eigentlich geht es gar nicht um mich. Eigentlich geht es um den, dem ich folge. Jesus sagt, selig, wenn ihr verfolgt werdet um meinet Willen, um dieses, um seinet Willen, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Darum geht es hier. Und ich glaube, das kann in so einer Situation ein Trost sein, das zuerst mal zu verstehen. Es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht um mein Fehlverhalten. Es geht nicht darum, dass dieser Mensch was gegen mich persönlich hat, sondern er hat einen ganz anderen Kampf. Oder diese Organisation geht gegen jemand ganz anderes vor und das ist mein Herr. Und der kann damit umgehen und der wird damit fertig. Und das ist schwer, selber in dieser Situation zu sein. Ich habe das in dieser Form, in dieser Schärfe, wie David das berichtet, wie viele unserer Geschwister das heute erleben, nicht erlebt. Aber manchmal werden Gemeinden, werden Kirchen angegriffen. Und manchmal auch, weil sie sich falsch verhalten haben, aber oft hat es diesen Hintergrund. Und das ist gut, das im Blick zu behalten. Es ist gar nicht so persönlich. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht um den, dem ich folge. Und der sagt, wenn es mir so gegangen ist, wird es euch auch so gehen. Und wenn wir das selber so in der krassen Form nicht erleben, ist das eine gute Gelegenheit, dass wir uns von Gottes Wort erinnern lassen an unsere Geschwister. Christen in China erleben eine neue Welle von Diskriminierung, von Verfolgung, von staatlichem Vorgehen unter der aktuellen Regierung, die man so lange nicht gesehen hat, wo man das Gefühl hat, es entspannt sich. Aber es geht weiter. Ich denke an meine Geschwister aus dem Iran, die auch in unserer Gemeinde sind, die zum Teil buchstäblich mit dem, was sie am Leib trugen, aus einem Hausgemeindetreffen fliehen mussten, weil ihnen gesagt wurde, die Geheimpolizei steht vor der Tür. Ich denke an einen jungen Mann, den ich in Griechenland getroffen habe, aus Eritrea, der Gebetsversammlung in seiner Wohnung hatte, Gebetskreis, und dann fliehen musste vor der Polizei und Frau und Kinder zurücklassen musste. Und mir erzählte er, er hofft, dass er sie bald wiedersehen kann. Und vielleicht kennst du andere Geschichten. Es gibt sehr hilfreiche Organisationen, die uns da informieren. Lass uns erinnern an unsere Geschwister, die genau das erleben. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, das ist nicht ein hasserfüllter Eifer, sondern es ist einfach die Leidenschaft für Gottes Ehre. Da, wo Christen gesagt wird, du musst nur deinem Jesus abschwören und du kommst aus dem Gefängnis raus. Da ist es der Eifer um sein Haus, das sie festhält. Und die Schmähungen derer, die dich schmähnen, sind auf mich gefallen. Übrigens, das Neue Testament bezieht diesen Vers dann auf Jesus. Bei der Tempelreinigung denken seine Jünger an diesen Eifer um das Haus. Und Paulus sagt, ja, das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Er hat alle Schmähungen ertragen. Und übrigens, David betet hier in Vers 29, tilge sie aus dem Buch des Lebens. Aber Jesus ist der, der gebetet hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, ich bedanke dir, dass du den Weg gegangen bist, dass du Schmähungen getragen hast, die eigentlich unsere gewesen wären, weil wir die Sünder sind. Aber du hast sie auf dich genommen. Und heute hören wir von unseren Geschwistern, die Schmähungen ertragen um deinetwillen. Die sich ins Gefängnis werfen lassen, die sich sogar töten lassen. Einfach, weil sie dir vertrauen und dich verkündigen. Und wir beten heute, Herr, erbarme du dich über sie. Halte sie fest in dir, bewahre ihren Glauben, bewahre du ihre Familien, ihre Gemeinden. Und da, wo es sein soll, da führ sie aus dem Gefängnis, dass es ihnen wohlgehe, da richte sie wieder auf. Und da, wo sie in den Tod gehen müssen, da hilf ihnen auf den letzten Schritten, dass sie festhalten an dir und das Vertrauen nicht wegwerfen. Und Herr, wir beten für uns, dass wir standhaft sind, dass wir dich bekennen voller Liebe, voller Demut, aber auch voller Klarheit und voller Entschlossenheit. Amen.